Eine Stunde bevor du pennen gehst, oder was? Der Gelbe wollte ja auf mich losgehen. Er wollte mich ein bisschen jagen. Du blöde NPC, hey! Er hat wieder einen Heli. Ich hab ihn fast kaputt gemacht, hey! Ich hab ihn fast kaputt gemacht! Ich hab ihn getötet! Denn ich hab den Kill gekriegt! Ich hab den Kill gekriegt! Wie auch immer! So lange Verzögerung! Kill gekriegt, ja moin, hey! Ich hab einfach den Kill gekriegt ohne Grund.